Ich habe mit meiner Frau und vier Kindern nach Deutschland gekommen. Und ich komme in Deutschland, weil mein Staat Krieg ist. Was wird hier produziert? Erzähl mal. Diese Arabischkeit heißt Raha. Die ist bekannt in Syrien. Und wie läuft? Sehr gut. Und alle Leute sind zufrieden. Ich arbeite jetzt mit meinem Mann. Ich mache die Rechnung. Und ich habe Kontakt mit den Kunden. Und es macht Spaß? Ja, aber es ist nicht einfach, weil ich auch viele Kinder habe. Und ich arbeite zu Hause. Wir wünschen, wie meine Kinder leben, wie die deutschen Kinder. Das sind meine Wünsche und meine Arbeit läuft. Wenn ich nach Deutschland gekommen bin, war ich die ersten Jahre immer traurig. Ja, und jetzt bin ich zufrieden. Weil hier in Deutschland immer, wenn man Arbeit möchte, immer die Leute sagen ja und geben Hilfe. Geld und Zeit. Und hier in Deutschland gibt es Frieden. Frei. Ich kann sagen, was ich möchte. Aber ich hoffe, dass der Krieg fertig ist. Ich hoffe. Und wir möchten mit Freunden, mit Bekannten und mit Bekannten nach Syrien Urlaub machen. Weil Syrien sieht sich schon auch. Und wir möchten hier in die наши Wünsche, migrationslusten. Deswegen müssen wir lassen. Vielen Dank.